Jo, hi liebe Fangemeinde, gerade wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es hier eine Vermittlungsagentur gibt, die Wohnungen anbietet, nennt sich Alanya Premium, diese Alanya Premium M-Luck & Homes oder wie auch immer, bieten genau diese Wohnungen an, die ich beinahe gekauft hätte. Leute, seid bitte vorsichtig bei solchen Objekten. Wenn euch diese Wohnungen angeboten werden sollten, verlangt neben dem Tabu auch das Iskan dazu. Ihr habt alle kein Strom und Wasser da oben für sechs Monate. Bitte achtet auf diese wirklich wichtigen Dokumente. Die Wohnungen werden nicht umsonst so günstig angeboten. Ab 21.500 Euro. Ihr seht, das lag genauso in meiner Preisklasse auch. Und von daher möchte ich euch alle nur warnen. Es bleibt natürlich im Endeffekt euch überlassen, ob ihr das wollt, eventuell diese Wohnungen nur als Ferienwohnung im Sommer dann zu vermieten oder sonst was. Aber bitte Leute, seid vorsichtig und auf der Hut bei solchen günstigen Objekten, ja, gerade wenn es Orient Palace Hotel ist oder sonst was. Ich weiß, ich werde dir bestimmt Ärger kriegen, wenn ich das jetzt so öffentlich mache. Aber, ja, mich hatten ja viele gefragt, wie sieht es denn aus, warum, weshalb, weswegen hast du das so gemacht. Ja, es war halt so, dass ich im Januar in Deutschland eine Wohnung gesucht hatte hier in der Türkei und über Sahi Binden darauf aufmerksam geworden bin, dass dort günstige Wohnungen im Angebot sind. Daraufhin habe ich dann den, ich sag mal, den Inseratsaufgeber angerufen über einen türkischen Kollegen und der sagte, ja, ist alles gut, ist alles schön. Daraufhin haben wir uns dann jetzt hier im Juli getroffen, beziehungsweise im Juni getroffen und er hat ihm ja auch sowas alles erzählt. Aber so eine richtige ganze Geschichte dazu kommt, wenn ich mal meine Ruhe habe. Also Leute, wie gesagt, seid vorsichtig bei diesen Objekten. Vielen Dank und Tschüss.